Einen wunderschönen guten Morgen mal wieder. Wir haben es 3.47 Uhr und ich bin so ungefähr vor einer halben Stunde endlich fertig mit dem Demo-Album. Komplett fertig. Also der Sound ist jetzt wirklich abgestimmt. Den Gesang habe ich bis vorhin gerade nochmal komplett neu eingesungen bei jedem einzelnen Song. Ja, ich sehe auch dementsprechend müde aus. Ich glaube ich. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe jetzt einige Videos wieder rausgenommen bei YouTube. Aber stelle jetzt auch die nächsten Stunden nochmal neue rein. Also nochmal neue Videos, wo ihr die Songs dann hört und ein schönes Bild von mir seht. Ja, nur dass ihr den Song dann hört. Also für immer und ewig ist schon hochgeladen. Das habe ich gerade eben geupt. Und mal gucken, was ich morgen noch hochladen werde. Beziehungsweise heute, nachher, gleich, wie auch immer. Durchmachen werde ich heute mal nicht. Ich werde auch gleich mal irgendwann in die Profe gehen. Und nein, das war nur eine kleine Info für euch. Und ich glaube, dass ich das Demo-Album jetzt komplett fertig habe. Von A bis Z. Alles fertig. Übrigens habe ich auch meinen MySpace-Account seit heute. Den Link poste ich, glaube ich, unter das Video. Ist am sinnvollsten. Ja, ich poste ihn dann auch nochmal bei mir auf dem YouTube-Channel. Ja, ja, ja. Das ist mein Lieblingswort. Ja, nein. Ich wünsche euch so weiterhin schon mal eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag. Wie auch immer. Und hoffe, ihr habt Spaß mit den Liedern. Bei MySpace werdet ihr vier komplette Songs von dem Album hören dürfen. Und ja, viel Spaß dabei. Würde mich freuen über eure Kommentare und so weiter und so fort. Man merkt, glaube ich, ich bin müde und hab auch keinen Bock mehr zu reden jetzt eigentlich. Und naja, bis zum nächsten Mal.